ARD Text im Auftrag von Funk und dämlich gesucht. Also schon mal hier Luke Skywalker gleich auf unserer Seite. Ich folge mal Luke. Vielleicht lässt sich der ein oder andere Kill klauen. Luke läuft links. Ich folge lieber Luke als dir. Ja ich wollte das Ding hier. Achso. Oh Gott. Voll in die Fresse. So, bin bei dir. Falls ich das beruhigt. Hat er dich jetzt auch erwischt? Es gibt es doch nicht. Hey, Partner gerecht. Er ist aus meiner Granate nicht mehr weggekommen. Yeah, guter Mann. Das Ding hole ich mir jetzt. Okay. Ich bin tot. Schade. Aber es sah gut aus. Ja, ja. Es sah zumindest nicht schlecht aus. Alter, da sind ja viele. Das Ding aktiviert. Das ist alles voll. Er ist echt zu viele. Komm, Lucky Lucky. Geh rein. Geh vor. Ich geb dir Rückendeckung. Ich geh da nicht rein. Ha, siehst du genau. Deswegen. Alter. Vor allem hab ich noch ne Umgebungsbombe. Wenn ich die jetzt da angebracht hätte, ne? Ja, dann wärst du der Held. Dann wären alle tot gewesen. Mann, Mann, Mann. Hätte, hätte, Würstchenkette. Mann, Mann, Mann. Tschui, bist du's? Oh, cool. Ich bin ein Held. So. Oh, das war blöd. Das war auch blöd. Mir wäre gerade der Saft ausgegangen. Ich hab ja keinen Sprungpack. Ich lerne auch nicht dazu, ne? So, kleinen Moment. Gute Arbeit. Und jetzt haltet uns die imperialen Truppen vom Leib. Sehr doof. So. Jetzt. Oh, oh. So, sorry. Mir ist gerade der Saft von meinem Headset ausgegangen. Aber ich kehre als, ähm, Prinzessin Leia Organa zurück in den Kampf. Prinzessin Leia Organa. Ihr habt meinen Generator zerstört. Äh. Tatsächlich. Ich bin alleine. Ach, da. Irgendwas kommt hinter uns. Ich mach mir Sorgen. Ich mach mir Sorgen. Ich mach mir Sorgen. Nein! Lass mich in Ruhe! Nein! Eine Sekunde, nachdem ich gestorben bin, hat der blöde Chewbacca den weggehauen. Nein! Aber wir sind zumindest drei Helden. Das ist cool, ne? Chewie, ähm, Leia und die andere Tante. Ja, dann. Go, go, go! Wir müssen nur einen Punkt erobern. Oder? Ja. Es leuchtet verdächtig rot auf dem Radar. Wo müssen wir hin? Ich hab keine Ahnung. Ich auch nicht. Ich bin völlig überfordert. Ach, da ist so ein großer blauer Punkt ist da. Schau mal, genau. Oh, das ist nicht so gut, das ist nicht so gut. Da ist einer. Wo denn dir, Tiger? Nein, was war das denn? Ich hab den dreimal getroffen und der ist dann nicht mehr gestorben. Das hast du doch nur ein Assister für mich. Folgt mir all jemand oder bin ich hier wieder alleine? Boah, was war das denn? Aber, ich will jetzt mal hier den Knackarsch hinterher. Ja, genau, mach das mal. Ach so, schön. Oh, geil. Da war ja einer. Wir haben voll aneinander vorbeigefoxed. Schön. Ich hab gar nicht gemerkt, dass der da war. Oh, genial. Genial. Was hier teilweise so abgewebt, ey. Das ist nicht so, dass sie die Oberhand gewinnen. Oh, shit. Wir ziehen mich im Arsch hier. So. Oh, nicht schlecht. Ho, ho, ho. Tschui! Nicht Tschui! Oh, da kommt es fast weg, glaube ich. Oh nein, ich hab mir die Granate vor die Füße geworfen. Oh, okay. Prinzessin Organa ist Geschichte, aber ich hab mich relativ wacke gehalten hier mit 9 zu 3. Ja. Ja, ja, ja. Alle anderen Helden sind besser, aber auch immer so. Ja, komm. Also für meine Verhältnisse, man muss das ja auch immer auf meinem Niveau sehen. Oh, shit. Da ist ja immer noch da. Warum traut er sich eigentlich nicht rein, die Pfeife? Hey, Alter! Aber er hält sich wecker da oben, ne? Ach, deswegen ist er nicht gestorben, das war ein Held. Ja, klar. Oh, du bist. Da steht einer und kämmt sich einfach den Himmelbund. Ich werd verrückt. Naja, beim nächsten Mal. Die Transportschiffe müssen jede Minute eintreffen. Die Extraction Team will arrive. Schock nicht. 10 zu 4 Kill Death ließ sich trotzdem ganz, ganz angenehm, finde ich. Geht nach, 2 Uhr! Ach, shit. Bosk ist auch mit dabei. Aber hat nur noch 16 Prozent, also... Ja, aber trotzdem müssen wir jetzt hier den Hut halten. Blei in die Heide, wenn ich rein muss. Schutzschild wär jetzt ganz günstig, ne? Okay. Ich bin zum Ende. Und irgendjemand irgendwas sieht, aber ob die einfach wie ich einfach nur schießen. Hm. Bin mir auch nicht so sicher. Na, läuft doch! Das war doch ganz cool. Alter, guck dir mal unseren Erstplatzierten an hier. 46 zu 1. Ha, ha, ha! Ja, der war wahrscheinlich die ganze Zeit ein Held. Ja. Da musst du alles mal schaffen. Schauen wir mich Pfeife an. 10 zu 6. Ich war auch ein Held. Aber gut. Das wundert auch keiner. Du warst aber ein Heiler. So. Oh ja, stimmt. Ja, ich hab auch geheilt wie ein Weltmeister. Mhm. Ha, 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 ha. Ach, wir spielen Gefecht. Auch nicht schlecht. Gefecht. Dann schauen wir mal, ob das was bringt. So. Die Rüstung ist auf jeden Fall frisch poliert. Und gewachst. So. Haltet die Aufständischen auf. Mit allen Mitteln. Ich bin ein Kerl. Ja, hab grad gemerkt. Irgendwas. Ich hab nur ne sehr hohe Stimme. Ich bin auch ein Kerl. Ja. 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 Alles im Griff. Ich hab mich quasi selbst gerecht. Hinter uns. Hinter uns. Scheiße. Ja, sag ich doch. Der EE4 mit der spiel ich jetzt auch. Mit der bin ich letztes Mal ziemlich gut klar gekommen. Mal sehen wie weit ich damit jetzt komme. Oh. Und jetzt wo ich das gesagt hab wahrscheinlich gar nicht weit. Ja. Welch Aussicht. Ähm. Sonne. Oh. Ich hab überlegt was gerade. Ich hab überlegt welches Ziel wir haben. Aber es ist ja Gefecht. Also einfach Töte alles was sich bewegt ne. Ja. Ist das Spiel wieder leer? Ach so. Gute Frage. Nö. Sehr voll. Weil ich sie auch kann. Irgendwie ist bisschen wenig los für ein Gefecht oder? Shit ja. Und ich hatte gerade wieder einen dieser Momente wo ich kurz überlegen musste bin ich jetzt. Von wo? Von wo? Äh. Es war ein Gang mit weißen Wänden. Auf jeden Fall musste ich mal wieder kurz überlegen ob ich Rebell oder Imperialer bin. Und das hat mich mal wieder den ja. Das Leben gekostet ne. Immer schießen. Hast auch wieder recht ja. Immer schießen. Hell 3 2 2 du Sackgesicht. Genau der. Ach shit. Ach komm. Oh was mach ich denn? Ich hab ja gar kein Dingens. Das ist traurig. Hilfe. Der hier. Was ist das denn hier? Hölbchen. Bewegungsbombe oder? Oh. Da war noch einer glaube ich. Da sind einige da oben ne. Einen hab ich getroffen. Einer ist tot. Unten ist auch einer. Ja viel zu viele. Ich bin mitten rein gelaufen. Naja. Einen hab ich mitgenommen glaube ich. Hoffe ich zumindest. Einen hab ich erwischt. Schalalala. 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 Ehm. Boah ich flankiere sie von der anderen Seite. Tod oder lebendig. Nein, 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 lass mich in Ruhe. Ich glaube, diese Waffe ist nix für mich. Ist nicht gut. Ich nehme jetzt auch mal die, die du hast. Die haut zumindest, die rotz die zumindest einen Haufen Dinger raus. Ja, eben. Irgendeiner davon trägt immer. Beim Aiming ist das vielleicht nicht das Schlimmste. Ja, deswegen spiele ich mit der Waffe seit Monaten. Das ist auch die Waffe, die man als allererstes kriegt, oder? Das kann sein, ja. Die ist echt cool. Zumindest rotz sie auch selbst, wenn man nix trifft. Die rotz so viel raus, man hat das Gefühl, man ist eine totale Rambo. Ja. Oh, neben dir. Gewischt. Gut. Hast du ne Granate? Äh, ne Heilgranate. Ja. Oh, Heilserie. Ist doch auch mal was. Ihr schon keine Kill-Serie habt, dann bist du ne Heilserie. Was auch da, da kommt einer. Erledigt. Oh, noch einer. Ja, dem, ich weiß nicht, ob der down ist. Da ist einer, der Sniper. War so viel Nebel, ich hab nix gesehen. Oh shit, zu viele, zu viele, zu viele. Sorry. Doofe Idee. Ha. Eine von vielen. Ach, jetzt hat er sich von hinten angeschlichen. Der Star Wars Fan-Bro. Oh. Nennt sich denn so. Cooler Name. Das wollte ich eigentlich auch, deswegen bin ich hier runter. Aber ich hab dann so, ein Teamplayer, der ich bin, lieber ne Heilgranate geworfen, um dich zu heilen. Dankeschön. Ähm. Vielen Dank. So bin ich. Ich nehm mir jetzt trotzdem das Pölk. Man sagt mir nach, ich bin großzügig. Tot. Oh, zwei Geschütze. Alter Falter. Wir erledigen dann immer, komm. Da hinten ist einer. Hast du ihn gesehen? Ne. Ich weiß nicht, der Klopp, der kommt jetzt von hier. Oh shit. Da hat aber gerade einer richtig abgesandt. Hahaha. Schön die Granate in die Gruppe, herrlich. So, ich folge dir mit der Hoffnung, dass du weißt, was du tust. Nee, oder? Der hat mich auch noch erwischt. Der hat dir direkt ein Geschütz vor die Fresse gestellt, kann das sein? So ein Sackgesicht. Freude, ich hab noch einen Thermal-Emploder. Ich will den noch werfen. Ach, ich werf den jetzt aber Schiss. Ja, das war jetzt nicht so eine berauschende Runde. Hatten auch schon schlechte, auch schau mal hier. Hier, ne? Schau. Muss man nicht so sehr auf die Kill-Death-Verhältnis gucken, aber... Ansonsten? Ja, aber im Gefecht kommt es nur auf Kill-Death an. Scheiße, ja. Scheiße, ja.